In meinem heutigen Vortrag möchte ich Ihnen meine Geschäftsidee erläutern. Ich würde gerne meine eigene Firma in meinem Heimatland gründen, ich habe mir überlegt, dass ich gern eine Landmaschinenfirma eröffnen würde. Das ist mein Traum seit meiner Kinderheit. Dahinter steckt eine interessante Geschichte, ich wurde sehr von meinem Vater inspiriert. Er ist Bauer, er war zu dieser Zeit sehr arm und hatte keine landwirtschaftlichen Ausrüstungen. Um die Landwirtschaft zu betrieben. Deshalb nahm er nachts die Maschinen und Motoren von anderen und arbeitete die ganze Nacht. Weil er sich nicht leisten konnte. Die Hauptbeschäftigungsquelle für Menschen in Indien ist der Landwirtschaftsektor. Es geht hier in erster Linie darum, den Menschen zu helfen und ihr Grundeinkommen zu verbessern. Die Selbstständigkeit ist ein spannender neuer Lebensabschnitt, aber auch mit Risiken verbunden. Eine gute, neue Geschäftsidee allein reicht leider nicht. Die Selbstständigkeit basiert auf folgenden Faktoren. Personaligkeit, Umfeld und Belastung, Erfahrung, Finanzen Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Selbstständigkeit mit vielen Freiheiten verbunden ist, aber auch mit einer Größenverantwortung. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.